Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Danach werfen wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Der heutige Transit gibt Ihnen die Tschutzpe, die Sie brauchen, um zu bekommen, was Sie verdient haben. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie in Ihrem Leben nicht das haben, was Sie sich wünschen, ist heute der richtige Tag, um mit jemandem zu sprechen, der es Ihnen geben kann, oder mit sich selbst darüber zu reden, was Sie tun können, um es zu bekommen. Vielleicht erwägen Sie eine Art Umzug. Es kann nicht schaden, ein wenig zu recherchieren, was nötig wäre, um dies in einem wünschenswerten Zeitrahmen zu verwirklichen. Karriere Sie verstehen nicht, wie andere Menschen arbeiten, und deshalb ist Ihre erste Reaktion, Ihnen gegenüber sehr kritisch zu sein. Seien Sie hier vorsichtig. Nur weil jemand etwas nicht so macht wie Sie, heißt das nicht, dass Sie das Recht haben, ihn oder Sie zu tadeln. Liebe Da Sie im Allgemeinen gerne im Rampenlicht stehen, wird es Sie vielleicht überraschen, dass dies heute ein ziemlich gefährlicher Ort für Sie sein könnte. Das könnte bedeuten, dass Sie, anstatt Ihr wahres Star-Potenzial zu zeigen, sich selbst und Ihren aktuellen oder zukünftigen Partner in Verlegenheit bringen, indem Sie etwas Halbherziges und völlig Taktloses sagen. Es ist vielleicht am besten, zu schweigen. Nun richten wir noch einen Blick auf die Stellung der Planeten und ihre Bedeutung. Jetzt, wo der Mond in die Waage eingetreten ist, könnten wir uns emotional etwas distanziert, aber auch ruhig und gesammelt fühlen, da er Mars und Saturn beeinflusst. Heute ist wahrscheinlich kein Tag, an dem Sie unbedingt soziale Interaktionen oder tiefgehende Gespräche führen möchten. Sie werden Ihre Zeitweise nutzen, wenn Sie es schaffen, sich eine längst überfällige Auszeit zu gönnen und sich um sich selbst zu kümmern. Ein Mond-Pluto-Quadrat könnte für Unruhe und Konflikte in Beziehungen sorgen, was Sie dazu ermutigt, Ihre Zeit heute allein zu verbringen. Alles andere wird wahrscheinlich zu Streit und Spannungen führen. Wenn etwas auftaucht, das sich Ihrer Kontrolle entzieht, sollten Sie die Diskussion abwürgen und ein anderes Mal darauf zurückkommen. Der Abend wird wahrscheinlich der einzige erlösende Teil des Tages sein, denn er bringt eine Befreiung von spielerischer Lust und Verlangen mit sich. Sie könnten sich auch motiviert fühlen, die Initiative zu ergreifen. Sie haben die Energie, sich das zu holen, was Sie wollen, und nach den Frustrationen des heutigen Tages werden Sie es wahrscheinlich begrüßen, etwas Dampf abzulassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!